Hey, Grüezi miteinander! Ist das zu lang? Sorry, du musst nicht so lang. Ich habe gesagt Grüezi miteinander. Eben, das muss kürzen werden. Ich kann doch nicht Grüezi miteinander kürzen. Du sagst einfach Zieh. Wie Zieh? Zieh. Also für ein normales Grüezi muss also Zeit sein. Zieh, Zieh. Zieh, Zieh, ich meine... Es ist nicht Zeit, weil du hast nicht gelesen in den neuen Geschäftsbedingungen von YouTube. Die haben gesagt, wenn du keinen relevanten Inhalt hast, gefriert es dich nach 25 Sekunden. Nach 25 Sekunden? Nach 25 Sekunden? Das ist doch Blödsinn. Das ist doch irgendeine Verschwörungstheorie. Nein, sie haben gesagt, Hallo, hast du es nicht gelesen? Nein. Nach 25 Sekunden? Nein. Nach 25 Sekunden? Nein. Scheisse. Ja, trage ich ja nicht. Was soll ich jetzt? Was habt ihr jetzt wirklich gelacht? Das sieht jetzt scheisse aus. Das sieht scheisse aus. Das sieht scheisse aus. Ja, das... Zeig mir. Leck. Na, das... Das sieht scheisse aus. Hallo, das kannst du nicht bringen. Hallo! Hallo! YouTube! YouTube! Na, jetzt ist es noch dunkel. Hä? Die machen alles nicht aus. Jetzt sieht man das auch nicht mehr. Die können einfach alles machen, die Suche. Das wird mir nie gefroren. Das ist eine Sauerei. Das ist eine Sauerei. ây. Da ist es ein Haus... Das ist ein Haus. Untertitelung des ZDF, 2020